Ach nie, bleib auf der Linie, Eisler. Okay, ähm... Ich hab gedacht, fahre schnell und bleib auf der Straße. So war das Zeichen eigentlich, aber dann war es doch nicht so. Ah, der fährt jetzt fast an mir vorbei. Ne, doch nicht. Oh Gott. So. Das wird hier mal enger. So. So.